So, nächste Folge. Dann wollen wir doch hier nochmal ran. Ich hab mich jetzt hoffentlich genug warm gefahren, dass das jetzt klappt hier mal. Muss ja kein Gold sein, aber schaffen, ne? Naja, ganz nett. Na, wir gucken mal. Wollen wir mal wieder die Türen wegpusten? Gucken wir mal, ob das geht. Ich mach die Musik mal ein bisschen runter. Ist irgendwie immer dasselbe, ne? Mit diesen Copyright-Geschichten, da muss man ja ein bisschen aufpassen, ne? Besser ist das. 31 an County, habe ihn aus den Augen verloren. 28 an County, mich hat Gerda in 40 mit extrem hoher Geschwindigkeit überholt. Der Fahrzeugtyp und Farbe nicht genau erkennen. County an Forest 1771, 28 versucht schnell fahrendes Fahrzeug zu überholen. Oh, ja, oh, ja, nicht schon wieder. Oh, ja, nicht schon wieder. Oh, ja, nicht schon wieder. Oh, ja, oh, ja, oh, ja, oh, 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 oh Ab geht's, nächstes Rennen hier, keine Gnade. Ich muss mal Kaffee einschütten, mal was trinken, eine Runde Koffein bitte, dann bin ich vielleicht noch ein bisschen mehr auf Zack und dann fahre ich vielleicht auch besser, wer weiß, Prost. Ab geht's. Also das muss jetzt echt nicht sein, ne? Da darf ich dann, glaube ich, mal eben... Schütze kurz einen Kaffee ein und trinkst einen Schluck und dann bist du völlig raus, ja. Geht nix mehr. Oh shit. Ne, das liegt vorhin irgendwie echt schöner. Fly. Geht schön aus, ne? Hängt da so in der Luft. So, jetzt muss aber gut sein hier. Komm, ey. Oh yeah. Oh shit, ey. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Mal wette, die Strecke gebaut hier. Das ist doch nicht normal, ey. Oh. 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 Ich bin flüchtig. Was ist denn mit der Musik los, Mensch? Ist das ein Bug oder ein Feature? Ja. Mach mal. Ho. W AD. Mach mal. 1171, Hubschrauber ist unterwegs Macht man, macht man Hubschrauber 1 an County, er entwischt den Patrolieinheiten Ihr kriegt mich nicht Hubschrauber 1 an County, er wird nicht langsamer Die Sache ist zu heiß, breche Verfolgung ab Hubschrauber 1 an County, fliege zurück zum Heliport Macht man Fliegt man tanken 28 an County, habe hier jemanden mit Geschwindigkeitsrausch, bin an ihm dran Hubschrauber 1 an County Oh ne Das ging auch schon mal besser Was ist hier los? 28 an County, Kontakt mit Fahrzeug verloren 31 an County, mich hat gerade ein Fahrzeug mit extrem hoher Geschwindigkeit überholt Heute Fahrzeugtyp und Farbe nicht genau erkennen County an alle lokalen Patrouillen 31 versucht Fahrzeugtyp Junge, Junge, Junge Wir sollten seine Reifen zum Platzen bringen Bitte um Erlaubnis zum Einsatz eines Nagelstreifens 27 an County, die Nägel sind bereit Bei den Canyons County Forest 1771 Nein, ey Nein Verdammte Axt Ja, er schleift Auf den Fergen Sie sind festgenommen Das ist doch Ja Na gut Bitte 31 an County, Verdächtiger ist in Gewahrsam Das ist echt ne harte Nummer hier Ich hab jetzt keine Lust mehr auf die Strecke Ich versuch das jetzt so Die anderen beiden ersten Platz machen und dann muss gut sein Pfff, das ist ne SK Party, das kann doch nicht wahr sein, ey Ich hab das alles mal geschafft, alles auf Gold Hätte man viel eher schon mal aufzeichnen müssen Vielleicht Die alten Klassiker, die hatten noch Richtig Schwierigkeitsgrad Mann Zwei Mann aste Runde Auto-Scooter Meine Straße, mach dich weg Oh Mann ja ich will da lang fahren alle wie ich weiss schon was ich meine ein Fahrzeug Fahrzeug ist ein Silberner Sportwagen ja 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 31 an County welche Verfolgung haben bitte bestätigen ja 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 Wenn das so oder ähnlich bei der nächsten Strecke noch mal läuft, dann müsste ich zumindest in silber kriegen. Zweiter Platz in der Gesamtwertung. Komm, dann zieh ich euch jetzt noch mal richtig schön ab hier. Volles Programm hier. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik 19 an County. Nehme die Verfolgung auf. Fahrzeug ist ein silberner Sportwagen. Wir sollten seine Reifen zum Platzen bringen. Bitte um Erlaubnis zum Einsatz eines Nagelstreifens. zufällig aber ist egal ausgewichten ist ausgewichten habe ich mich dadurch gezwitscht was einem da der arsch geben muss ich dachte ich fahre mercedes und kein porsche das ist die farbe ich bin hier german e racer ich habe ihn verloren 200 klamotten alter schwede 19 an county ab hier in rase ne echt Musik H bleed oh, was mach ich da nur junge, junger, junger 2000 Punkte Doch, Silber. Immerhin. Damit kann man doch leben. Das ist ganz nett. Ja, Hot Purset läuft halt immer anders, als man denkt. Das ist halt so. Und in diesem Sinne, bis bald, wenn es wieder heißt Need for Speed Hot Purset 2 oder irgendwas anders, macht's gut oder besser.